Seit nunmehr über 20 Jahren beschäftigen wir uns mit PVD-Beschichtungen und deren Anwendungen. Seit 15 Jahren ausschließlich mit Platittechnologie. Durch diese weltweit einzigeartige Rundkathodentechnologie sind wir technologisch führend auf dem PVD-Beschichtungsmarkt. Hinter mir sehen Sie unsere neue P411-Beschichtungsanlage, mit der wir die präzisen Hochleistungsbeschichtungen TAC, DLC2 sowie P6 und Omnis für unsere Kunden fertigen können. Harry Volz hatte stets den Mut, in die innovativsten und neuesten Technologien von Platitte zu investieren. Wir sind stolz, als Technologiepartner Harry Volz und seinem Team bei PVTech zur Verfügung zu stehen.